Wie sichtbar oder unsichtbar ist ein Kunstwerk? Ist Kunst überhaupt? Wendet die Kunst sich dem Konkreten, dem Fassbaren ab? Wer die Ausstellung im IKOP betrachtet, wird in philosophische Erwägungen getaucht, lässt sich von der Kunst leiten, die experimentiert, Gedankengänge widerspiegelt und mit den Gedanken und sich selbst spielt. Die Werke liegen an der Grenze des Sichtbaren. Das eigentliche Werk versteckt sich dahinter und ist vergänglich. Was ich versuche, ist auch die Besucher zu konfrontieren mit diesem Denken, diesem anderes Denken, was eigentlich die Kreativität auch bezeichnet. Ein Künstler macht nicht nur materielle Werke, denkt auch dabei und diese Beziehung mit dem Besucher und mit der Ausstellung ist auch dabei gedacht. An der Grenze des Sichtbaren sind wie die Reihe von topografischen Karten, die die gesamte Fläche der Schweiz darstellen. Die weißen Punkte sind die Berggipfel, von der Topografie zur Astronomie. Vom Erkennbaren zum Unbekannten führt die Reise in einen Abwasserkanal. In einem anderen Raum leben zwei parallele Linien zusammen, ohne sich jemals zu begegnen. Es sind Wortfetzen und Gegenstände, die ihre eigene Geschichte erzählen. Die Künstler greifen auf diese Virtualität, die auch besteht auf eine Idee, auch etwas, die nicht so in diesem Material besteht. Und das ist eine sehr starke Bewegung heutzutage. Die jungen Künstler haben unglaublich viele Möglichkeiten, einfach Bild zu schaffen. Wir leben in einer Bildwelt, die auch nicht mehr so real ist eigentlich. Und das öffnet eine Unmenge an Möglichkeiten. Die Mehrdeutigkeit, das Unsichtbare, das Spielerische und die Vergänglichkeit des künstlerischen Augenblicks machen aus Invisible eine außergewöhnliche, unkonventionelle und fortschrittliche Ausstellung. Sie ist bis zum 17. Mai geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017